Mama, guck mal, wie schnell esst mein Pferd den Apfel. Haha, ja, ja, schnell, schnell. Oh, hallo Papa. Hallo. Ich bin gerade mit dem Pferd ausgeritten. Hallo alle. Ich hab den Schloss gesehen und da drin war die Prinz und Prinzessin. Mein lieber Mann, kannst du bitte die Pferde in den Stall bringen? Ja, okay. Papa, Papa, kannst du mir den Pferd auch da reiten? Wo gibt's Wasser? Ja, ja, okay, okay. Papa, guck mal, wie schener Wetter ist heute. Ja, ja, sehr schön. Oh, Papa, guck mal, mein Pferd ist, mein Pferd ist, mein Pferd sektra zu dir gekommen, um den Apfel zu essen. Hi, hi, hi. Papa, 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 können wir wo's ganz weit ausreiten? Ja, okay, ich kann nur der Mama sagen. Kind, die Mama hat gesagt, die bleiben zu Hause, wir können zu zweit ausreiten. Super, super, ich freu mich schon sehr, gerne. Papa, Papa, bitte schneller. Vorsicht, Kind, du kannst noch runterfallen. Ah, aua. Kind, was ist passiert? Ich bin runtergefallen von dem Pferd. Oh, nein. Bei mir tut so voll der Bein weh. Darf ich bitte, mein lieber Kind, gucken? Oh, nee, du hast dir den Bein gebrochen. Komm, ich trag dich auf dem Pferd. Komm, wir fahren zum der Mama. Ja, okay. Ja, okay, Papa. Oh, wie langweilig es heute zu Hause ganz langweilig ist. Wenn du willst, kannst du dir dein Lieblingslied vorspielen. Vorsicht, Vorsicht, aus dem Weg, wenn der Paul die Straße fegt, fegt er immer mit viel Sturm, wenn der Paul, der ist nicht so. Danke, Papa. Ihr seid meine beste Familie von allen. Okay. Ja, okay. Tschüss. 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 Hotepala.